Die Maginon Splash 80 Digitalkamera. 8 Megapixel, 2 Monitore, bis zu 3 Meter wasserdicht. Für tolle Urlaubsaufnahmen, sogar im Wasser. Die perfekte Kamera für jede Menge Spass. Mit der kompakten Digitalkamera Maginon Splash 80 sind Sie bei allen sportlichen Aktivitäten gut ausgerüstet. Sie können sogar baden gehen. Denn das wasserdichte Gehäuse schützt Ihre Kamera bis zu einer Wassertiefe von 3 Meter. Finden Sie Nemo und machen Sie gleich ein Foto von ihm. Über den 6,8 cm grossen Monitor auf der Rückseite der Kamera stellen Sie die gewünschten Funktionen ein und nutzen diesen für die Aufnahme von Landschaften und Personen oder für die Wiedergabe Ihrer Fotos und Videos. Der 4,6 cm grosse Monitor auf der Vorderseite der Kamera eignet sich perfekt für Selbstportraits. Fotografieren Sie sich vor dem Eiffelturm, im Fussballstadion oder zusammen mit dem besten Freund oder Freundin. Der Monitor auf der Vorderseite zeigt Ihnen ganz einfach an, ob Sie im Bilde sind. Oder nutzen Sie die Spezialeffekte der Kamera, um Ihren Aufnahmen eine besondere Note zu verleihen. Mit den Effekten Lomo oder Bleistiftskizze kreieren Sie einzigartige Erinnerungsfotos. Der Videomodus, die verschiedenen Blitzmodi sowie die kinderleichte Handhabung sind weitere Highlights der Maginon Splash 80. Maginon Splash 80 – die perfekte Digitalkamera für die schönsten Erinnerungen und einzigartige Selbstportraits.